Willkommen, hier ist Vegan Feeling und heute gibt es etwas, ja ein etwas anderes Video mal, und zwar seht ihr mich heute nicht direkt, ihr seht eine Seite und die möchte ich euch heute ein bisschen vorstellen. Es geht um unser E-Book, das wir ja seit Sonntag quasi haben und auch schon gekauft werden kann und es kamen in den letzten Tagen immer mal Fragen und wie geht denn das und wie geht denn das und da habe ich mir jetzt überlegt, komm, ich zeige euch mal ganz genau, wie die Abwicklung jetzt geht. Also ihr seid jetzt hier, ihr seht auf die Seite, das ist die Seite, so sehe ich aus und ihr müsstet theoretisch, wenn ihr den Link irgendwo gesehen habt, bei Facebook oder YouTube, diesem Link gefolgt sein und dann kommt ihr direkt auf diese Seite hier. Wecke den Optimisten in dir, heißt das E-Book und es ist eine Challenge, die sieben Tage lang euch Rohkostrezepte präsentiert sozusagen und euch sieben Tage lang bekleidet, wie ihr Rohkost machen könnt. So, dann gibt es hier, herzlich willkommen, Wecke den Optimisten in dir, da gibt es ein Video dazu, da wird auch nochmal alles erklärt, bestenfalls lest ihr euch hier die Sachen alle durch ist natürlich vorteilhaft, dann wisst ihr nämlich, um was es geht, was ihr da überhaupt kauft. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, Option 1 ist das E-Book, ihr kauft einfach das E-Book mit allem, was da drin ist, könnt ihr dann nach Hause und nehmen quasi und runterladen, ist ja alles virtuell und die Option 2 ist die Expertengruppe, da kriegt ihr eine Facebook-Gruppe mit dazu, die kann man, die gilt quasi für einen Monat, könnt auch länger drin bleiben oder ein Monat ist so die Mindestfrist und nach dem Monat könnt ihr entweder raus oder eben länger drin bleiben, wie ihr das möchtet. Da ist zum Beispiel, da gibt es einfach noch mehrere Sachen zur Verfügung stehen da, zum Beispiel in einer hier Live-Fragerunde auf YouTube, dann ganz viele Informationen und Interaktionen wird da stattfinden, sodass, wenn du dich jetzt der Rohkost eben näher an, mit der Rohkost näher beschäftigen willst und da besser reinsteigen willst, dann würde ich dir diese Option empfehlen. Option 1 ist natürlich auch möglich und das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich gehe jetzt mit euch das so Schritt für Schritt durch, damit ihr auch seht, wie das funktioniert. Option 1, dann seht ihr, dann kommt er jetzt auf diese Seite, hier weg den Rohkost, Optimisten in die Rohkost-Challenge-Rezept-E-Book, 9,90 Euro. Die Gruppe kostet übrigens auch 9,90 Euro pro Monat, aber das E-Book auch wird inklusive. So, dann kann ich hier zum Beispiel draufklicken, also ihr seht, da ist das E-Book, so, da steht auch nochmal alles drin, was da alles jetzt drin ist, was für Rezepte, bla, bla, bla. So, und dann gehe ich hier in den Warenkorb und dann kommt rechts, seht ihr hier schön einen Warenkorb, da ist jetzt das E-Book drin und dann könnt ihr entweder zur Kasse gehen oder Warenkorb. Obacht, das ist jetzt wichtig. Für die Leute, die das E-Book ja schon, das erste E-Book schon bei uns gekauft haben, die haben ja einen Gutschein bekommen und diesen Gutschein einzulösen müsst ihr, das jetzt alle für die, die einen Gutschein einlösen können, müsst ihr auf Warenkorb gehen. Also Warenkorb bearbeiten, ich mache das jetzt mal kurz, Warenkorb bearbeiten und dann seht ihr, dass hier ist das für 9,90 Euro noch mit drin, das E-Book hier 9,90 Euro und dann könnt ihr hier, ich habe einen Gutschein einklicken. Dann gebt ihr euren Gutscheincode ein, dann klickt ihr hier drauf auf dieses Symbol und dann ist der Gutschein mit eingegeben und dann könnt ihr zur Kasse weiter. Für alle anderen, die keinen Gutschein haben, die könnt ihr das entweder auch so machen, könnt halt keinen Gutschein eingeben oder gehen direkt zur Kasse. So und alle Neukunden, ist es ja jetzt so, ihr müsst euch hier eintragen, Vorname, Adresse. Wir werden das in Zukunft ein bisschen ändern. Wenn du einmal eingetragen bist, ist natürlich der Vorteil, dass du immer wieder in unserem Shop, quasi einfach hier mit dem Klick, in dem du dich anmeldest, einkaufen kannst. Das ist der Vorteil. In Zukunft kann man das noch ein bisschen optimieren. Jetzt müsstet ihr als Neukunde euch hier Eintrag, Name, Adresse, E-Mail, Adresse, Passwort einfach einrichten und dann seid ihr in dem Shop eingerichtet, ein bisschen noch Adresse und dann auf Weiter. Ich, in meinem Fall, habe ja jetzt mich hier schon, ich bin ja schon sozusagen angemeldet und mache das jetzt auch. Also alle, die das auch schon gemacht haben, wir haben euch jetzt, ihr könnt euch einfach anmelden. Meistens haben auch eine E-Mail vielleicht schon bekommen. Wir haben das ein bisschen was geändert und dann auf Anmelden. Wenn du als Neukunde das hier alles gemacht hast, bist du dann quasi auch angemeldet und bist im selben Stadium wie ich jetzt hier. So, und dann kommst du da hin, dann hast du ja hier dein E-Book eingegeben und dann musst du hier oben noch die AGBs, okay. Wenn du hier zum Beispiel irgendwie noch ein Newsletter haben willst von uns, dann gibst du auch noch auf Ja, musst du aber jetzt nicht unbedingt machen. Dann siehst du hier deine Angaben. Ich habe jetzt meine Angaben hier oben drin und hier sind jetzt die 9,90 Euro. und dann geht es weiter, zahlungspflichtig bestellen. So, dann kommst du hier drauf und dann müsst du das E-Book, sie werden zu PayPal weitergeleitet. Wenn du jetzt quasi, wenn du das schon öfters mal gemacht hast, wie man mit PayPal bezahlt, dann wirst du das ja wahrscheinlich wissen. Dann gibst du hier deine Sachen ein, einlocken, zack und dann hast du das. Das mache ich jetzt nicht, denn ich habe das im E-Book schon, aber ihr könnt das dann einfach so machen. Ich kann jetzt mal wieder zurück und ich hoffe, damit habe ich jetzt so ein bisschen erklärt, wie das alles funktioniert. Denn die Leute zum Beispiel mit dem Gutschein wussten teilweise nicht wohl den Gutschein. Das habe ich jetzt hier auch mitgezeigt. Und für die, die nicht den Gutschein haben, auch einfach, wie ist ein normales Schubsystem? Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal in den Shop bestellt und das ist eigentlich ziemlich, muss ich sagen, ziemlich einfach. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es da einfach manchmal Probleme gibt. Jetzt bin ich wieder auf der Startseite und hier möchte ich euch jetzt nochmal zeigen, wie ihr dann das E-Book dann, wenn ihr es dann bezahlt habt und gekauft habt, dann bekommt, denn es kommt nicht direkt zu euch nach Hause, das E-Book. Das ist wichtig. Also ich gehe hier auf mein Konto und wenn ihr eingeloggt seid, so wie ich jetzt hier, steht euer Name down. Hier links seht ihr eure Sachen, also meine Bestellung zum Beispiel, meine Sofortdownloads, Rechnungsadresse. Da könnt ihr alles ändern und auch einsehen. Meine Bestellungen hier, bei mir ist jetzt nichts drin. Die wären dann hier, sind die Bestellungen hinterlegt und dann die Sofortdownloads wären hier. Habe ich jetzt auch keine, aber die müssten dann auch dann hier direkt sein. Das heißt, das ist euer Konto. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich ein Online-Shop. Das müsst ihr euch nicht nur vorstellen, das ist auch so. Das ist ein Online-Shop und hier könnt ihr dann draufklicken und euer E-Book dann runterladen. Das wird dann hier zu sehen sein. Und dann lädt das auf euren Laptop und dann habt ihr, oder wo auch immer hin, dann habt ihr das E-Book bei euch und könnt es auch anschauen und damit arbeiten. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Hier ist die Home. Hier kann man alle möglichen Sachen, die wir halt so anbieten, sehen und auch kaufen. Ich empfehle euch, lest euch auf jeden Fall hier die Seite ein bisschen durch, auch wenn ein bisschen mehr geschrieben ist, aber es lohnt sich, weil ihr dann einfach versteht, um was es hier geht. Okay, in dem E-Book sind alle möglichen leckeren Sachen drin, die ihr hier auch sehen könnt. Und wir freuen uns natürlich, es sind jetzt schon einige der Leute, die das gekauft haben, die auch die Challenge mitmachen. Am Montag, dem 22.02. beginnt die Challenge. Sieben Tage lang machen ganz viele Leute Rohkost. Dazu gibt es, wie gesagt, auch eine Facebook-Gruppe. Und ja, dann werdet ihr unterstützt von uns. Und ihr könnt aber auch das E-Book völlig für euch selbstständig, wenn ihr sagt, ja, Rohkost kenne ich jetzt schon, aber neue Rezeptideen oder sonst was, wie mache ich das? Und da haben wir auch noch ein paar Tipps reingegeben, auch was genau den Optimisten in dir weckt, was jetzt denn genau die Mittel sind oder die Nährstoffe, die jetzt vielleicht dahingehend wirken, dass du optimistischer wirst. Ein paar kleine Übungen sind auch mit drin, die du jeden Tag machen solltest. Am besten wäre natürlich, wenn du dich auch so viel wie möglich bewegen kannst, eben, dass du ein bisschen anfängst auch zu schwitzen. Und das hilft alles, um deinen Optimismus stärker voranzutreiben. Und in jedem von uns schlummert Optimismus. Und der muss nur wieder, ja, ein bisschen angestupst werden, damit es rausgeht. Und dieses E-Book sollte dabei helfen. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn noch Fragen sein sollten, die ich jetzt versucht habe, alle zu klären, dann schreibt sie in die Kommentare, fragt nochmal genau nach und dann werde ich euch darauf antworten. So, also, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. E-Book ist hier drin und dann geht's los, ne? Ach so, wichtig ist noch, das E-Book ist jetzt noch bis Sonntag erhältlich, weil am Montag beginnt ja die Challenge. Und für diesen Preis, also für 9,90 Euro und danach wird es auch wieder noch erhalten, kannst du es noch kaufen, allerdings ein bisschen teurer. Wenn du jetzt noch sagst, dieses Wochenende, hey, ich mach da jetzt noch mit oder komm, für 9,90 Euro nehme ich das E-Book noch mit, denn aus meiner Sicht ist das ziemlich ein guter Preis, kannst du sagen, jetzt mache ich das noch und dann zack, 9,90 Euro. Am Montag geht die Challenge los. Wir freuen uns wahnsinnig, dass es endlich los geht und jetzt aber wirklich einen schönen Tag, bis dann. Tschüss, macht's gut.